Gitarren haben wir jetzt gehört. Ein bisschen was von dir, ein bisschen was von dir eigentlich jetzt als Solo-Künstler sogar hier auf unserer kleinen Bühne. Du bist aber nicht nur allein unterwegs, nicht nur als Solo-Künstler, sondern du hast auch verschiedene Projekte, glaube ich, in denen du mit anderen Musikern zusammen was auf die Beine stellst. Vielleicht kannst du da kurz ein bisschen was erzählen, wo du da so überall unterwegs bist, was du da so machst. Ja, fangen wir mal an mit einem Duo, mit einer Cellistin, die eher aus dem klassischen Bereich kommt, mit Cello. Und ich komme eher aus der Rockschiene und da prallen schon musikal schon zwei Welten aufeinander auf. Und wir machen auch wirklich auch mit E-Gitarren, mit verzerrter Rockgitarren auch in Verbindung mit Cello. Okay, das hört sich sehr spannend an. Ja, das hört sich auch wirklich für uns war das auch immer wieder so ein Erlebnis, auch auf der Bühne. Das macht einen Riesenspaß, so diese zwei Instrumente, die eigentlich so total unterschiedlich sind, miteinander zu kombinieren. Das sind auch alles eigene Stücke, die wir spielen. Wir spielen natürlich aber überwiegend auch Akustikgitarren in Verbindung mit Cello. Also das Cello, das spielt dann Olga Minskaja. Okay. Und ein weiteres Projekt ist Ensemble Venerosso, geleitet von Florian Stumvoll. Und da spiele ich aber eher E-Bass. Okay. Weniger Gitarre, doch einmal Gitarre für die CD-Aufnahme habe ich meine, ja, meine. Um deinen eigenen, deinen Eigenbau kannst du da einsetzen. Okay, ja. Genau, auch mit Cello, mit Olga Minskaja, die übrigens eine Frau ist. Ah, okay. Genau, und da haben wir ein Stück gespielt von mir, aber mit Cello halt arrangiert. Aber ansonsten spiele ich überwiegend Bassgitarre, wenn ich mit Ensemble Venerosso unterwegs bin. Das ist auch wirklich eine große Truppe dann irgendwie, ne? Genau. 20 Musiker oder so, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Genau, also wenn ich mit spiele, dann sind das, ja, genau. Also wenn ich dann mit dabei bin, dann sind das mindestens 20 Leute. Okay. Und dann spiele ich, dann lohse ich auch mit E-Bass nochmal eine Bassstimme zu unterstützen. Und dann hast du noch ein drittes Projekt, glaube ich, wo ich im Moment auch ein bisschen mehr sehe, dass du damit auch im Moment aktiver unterwegs bist. Ja. Das heißt Freiminute, glaube ich. Genau, Freiminute, da bin ich jetzt momentan mit sehr aktiv, mit der Sängerin Arben Schweizer. Die kommt aus Allfeld und mit ihr habe ich dann zuerst, haben wir zu zweit die Songs geschrieben, arrangiert und dann produziert. Letztes Jahr ist unser Debütalbum rausgekommen. Vorstellung heißt es. Okay. Da haben wir uns mal schön vorgestellt, musikalisch. Und ja, bis jetzt waren wir auch eher zu zweit zu hören. Und jetzt ab Ende letzten Jahres, 2017 also im Dezember, haben wir das erste Konzert, Unplugged-Konzert mit einer gesamten Bandbesetzung gespielt. Seitdem haben wir jetzt, was ich denken kann, zwei Auftritte mit einer Band gespielt und es soll auch mehr werden. Also wir haben, wir sind auch jetzt, wir haben jetzt auch ein paar Konzerte vor uns in diesem Jahr. Auch Festival sind wir dabei. Und da sind wir gespannt, wie der Weg so weitergeht. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir verlinken euch natürlich oder versuchen dann auch ein bisschen zu verlinken, die ganzen Projekte und so, damit ihr da hinterher dann auch ein bisschen nachlesen und nachgucken könnt, in welche Richtung das alles so geht und was da gerade so der Vitali so auf die Beine stellt. Wir haben, ich hoffe, wir haben auch einige junge Zuschauer, einige junge Musiker, die vielleicht gerade so ein bisschen am Anfang ihrer Karriere stehen oder ihrer musikalischen Entwicklung. Was ist denn sowas, was du denen gerne mit auf den Weg geben würdest, wo du sagst, das ist essentiell als Musiker, das solltest du dir irgendwie zu Herzen nehmen, an die Wand schreiben, ins Gehirn einmeißeln. Gibt es da was, wo du sagst, das ist wirklich der Knackpunkt, das ist wichtig? Ja, ich glaube schon. Also, aber aus eigener Erfahrung, auch der mit, durch schwere Wege gehen zu tun hat, steinige Wege durchgehen zu tun hat. Und zwar erstmal einen praktischen Tipp, hört euch alle Musik an, die ihr nur hören könnt, auch eventuell die, die euch nicht gefällt, um einfach mal zu hören, was euch wirklich nicht gefällt. Aber auch die Musik auf sich wirken lassen, mit der ihr auch irgendwie warm werdet. Das ist vielleicht das eine. Und nicht aufgeben. Wenn irgendwie mal ein Song nicht klappt, nicht aufgeben, weitermachen. Dann ist es der dritte Song, den man dann geschrieben hat und der dann auch wirklich gut funktioniert. Aber das Allerwichtigste finde ich, das ist das, was man in einen Stein hineinmeißeln kann, würde ich sagen, hört auf euer Herz, denn es lügt nie. Und alles, was er tut, tut es mit Liebe. So würde ich das sagen. So richtig das Herzblut reinlegen, weil nur dann wird es richtig gut. Und dann, ja. Ja, genau. Das hat dann Bestand und das hat dann auch Kraft und Gewicht. Ja, und auch vor allem selber, wenn man etwas macht, wo man sagt, da habe ich mein ganzes Herz gut reingesteckt. Das ist das, wo man auch sagt, vielleicht selbst sagt, wenn anderen das nicht so gefällt, aber wo man sagt, okay, das ist mein Ding und da bin ich zufrieden mit, da erkenne ich mich drin wieder. Genau. Also sowas wie Kunst oder Musik oder Malerei oder es kann ja auch Fotografie sein. Und was auch immer das ist, gerade in Kunst ist es ja so eine Streitfrage, ist das Kunst oder kann das weg? Aber wenn man das mit Herz und Blut selber gemacht hat, selbst wenn es die anderen alle doof finden und man es selber nicht, dann hat das schon mal viel Wert für einen persönlich. Ja, und das ist auch für jeden was anderes. Jeder interpretiert etwas anderes hinein. Ja, richtig. Wenn jemand ein Stück hört, kommen seine Erfahrungen mit rein und deswegen ist das Lied dann vielleicht für ihn was ganz anderes als für dich oder für mich. Ja, ganz genau. Genau so ist es. Gut. Genau, jetzt bist du teilweise live auf der Bühne unterwegs, auch in diversen verschiedenen Konstellationen und du produzierst aber auch selber noch Musik, so ein bisschen auch für Werbung und so, versuchst du dich. Da hören wir jetzt vielleicht gleich auch noch mal kurz ein bisschen rein, hören wir uns ein paar Beispiele an. Dafür gehen wir gleich mal rüber an deiner Anlage und Laptop sozusagen und schauen mal, was du da noch so mit produzierst und machst. Und wir sehen uns dementsprechend gleich wieder. Ja, so jetzt sind wir hier ein Stückchen weiter gewandert, weg vom Sofa, war eigentlich schön gemütlich, aber gut. Und sind auch ein bisschen weg von den klassischen Musikinstrumenten und hin hier zum Rechner, weil wir hatten ja gerade schon kurz eingedeutet, dass du auch so ein paar Sachen produzierst, also wirklich größere Musikstücke produzierst. Und da wollen wir natürlich auch mal reinhören. Vielleicht kannst du noch mal kurz vorab sagen, was du da so genau machst und für welche Zwecke du da entsprechend Musikstücke auch komponierst und zusammenstellst. Ja, erstmal produziere ich diese Musikstücke frei Schnauze, also was sich so gerade kombinieren lässt, irgendwelche Riffs oder irgendwas spiele ich ein. Manchmal ist es auch auf Bestellung, wenn jemand dann kommt und sagt, ich brauche diese Stimmung, für diese Bilder oder für dieses Video brauche ich ein Stück, ein Musikstück, soll meine Firma so ein bisschen präsentieren und das Video untermalen, mit musikalisch untermalen. Dann mache ich auch gerne auf Bestellung. Die Sachen, die ich jetzt dir zeige, die ersten zumindest, das erste Stück, das ist eine Hörprobe von einem noch nicht bestellten Stück. Das heißt also, es ist frei improvisiert, irgendwas zusammen kombiniert. Ist es auch eher synthetisch, also weniger so mit, teilweise schon mit eingespielten Instrumenten, aber eher so synthetisch modern. Okay, lass uns mal rein. Ja. Also gut, was auch gut für Werbung, glaube ich, funktionieren würde. Also kann ich mir ganz gut vorstellen, genau, dass man das irgendwie so einen kleinen Werbeclip irgendwie drunter legt. Genau, das war ja auch eine Hörprobe. Das heißt, es gibt noch ein paar andere Elemente und dann kann sogar der Kunde sich dann aussuchen, welche Phrase er dann wirklich möchte. Okay. Irgendwo in der Mitte ein Stück ausschneiden und besonders betonen. Ja. Okay. Was bei Werbemusik ja auch wichtig ist, dass teilweise... Ja, dass es flexibel ist auch. Flexibel, ja. Genau. Und aber auch andererseits kann ich dann auch die Instrumente austauschen oder den Sound austauschen, aber die Riffs oder die Melodie bleibt die gleiche. So, damit bleibt auch Wiedererkennungsmerkmal dann auch da. Okay. Dann haben wir hier ein Stück, was auch eher synthetisch ist. Wenn man auch so einen gleichen Lied hat, aber pumpt so ein bisschen mehr, ne? Ein bisschen mehr, du sagst, es kommt ein bisschen mehr so von unten raus, ne? Genau. Für Werbung, die weniger natürlich dann irgendwie durch Musik hervorgehoben werden soll, sondern eher durch Bilder, aber die Musik soll irgendwo im Unterbewusstsein so ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen Atmosphäre schaffen, unterstützen, genau. Dann haben wir zum Beispiel das hier, das habe ich tatsächlich auf Bestellung produziert. Leider hatte ich nicht mehr den Kontakt zu den Kunden gehabt, auch durch den Umzug bedingt und so weiter. So, dass diese Produktion eben zwar gefallen hat, aber bis jetzt nicht im Weg zu... Nicht verwendet worden, ne? Schade, okay. Also schon mal mit E-Gitarren. Die du auch alle selber einspielst, ne? Ja. Ja. Ja, das zum Beispiel... Cool, okay. Oh, das habe ich sogar vergessen, wie das klingt. Das habe ich so lange nicht angehört. Ja, dann wird sich aber wieder Zeit, also dann mal wieder ran. Das ist die Gelegenheit jetzt. Ah, okay. Ja, cool. Das ist aber ziemlich rockig, ne? Rockig modern, ne? Ja. Das ist mit dem Beats. Schön aus. Freiburg. Also für so ein Milchprodukt wäre das jetzt nicht geeignet, aber... Ja, was heißt selber? Ich habe gefallen an allen diesen Stücken, selbst wenn sie nicht so viel handgemachte, eingespielte Musik beinhalten. Was ich schon fast zum eigenen Musikstück gemacht habe, ist das nächste Stück. Okay. Und trägt da auch schon einen Titel, Mokka. Mhm. Das ist ein bisschen greifbarer, das Stück, ne? Weil es sehr viel handgemachte Musik übersteckt und ist auch ein bisschen authentischer, so wie ich finde, ne? Ja. Ja. Titel passt auch ganz gut. Könnte man gut irgendwie so zu so einer Kaffeehaus-Werbung oder sowas zum Beispiel auch ganz gut verwenden, ne? Wurde bis jetzt noch nicht verwendet, ist noch frei. Okay. Also, weil alle die Interesse haben, Kaufgebote abgeben. Ja. Sehr schön. Super, Vitali. Danke dir für deinen Einblick hier einmal kurz so ein bisschen in die eigene Produktion und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück nach drüben aufs Sofa. Alles klar. Gerne. So, da sind wir wieder zurück auf unserem Sofa hier, also beziehungsweise auf deinem, auf eurem Sofa. Ich bin ja hier, wie gesagt, nur als Gast, haben nochmal ein bisschen was gehört, was du sonst so produzierst. Auch ganz tolle Sachen. Wir haben ja gerade vorhin so ein bisschen off-Kamera auch schon mal ein bisschen gesprochen, dass wir vielleicht zusammen auch noch eine Idee haben, wo wir ein bisschen was mit Film und Musik kombinieren. Dann dürft ihr also gespannt sein, was da noch draus wird. Tolle Dinge bahnen sich da an. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen mitnehmen können, gerade wenn ihr vielleicht irgendwie auch am Anfang steht, eurer Kreativität oder eurer kreativen Tätigkeit. Egal, ob es jetzt Musik ist oder ob ihr malt oder ob ihr fotografiert oder filmt. Das ist eigentlich unser Ziel gewesen, euch da ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, euch ein bisschen Inspiration zu geben. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal, Vitali, dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte. Gerne. Und ja, wir sehen uns hoffentlich demnächst in diesem Format dann entsprechend auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So many days you live in this world. So many times you search for the right way. But you can find right way and can't find right answer for the reason you live in this world.